Weil wir einmal bei den Pilzen gestammt sind, wir gehen da jetzt noch zwei, dreimal runter. Okay, okay. Du musst ja eigentlich nur auf diesen einen Vorsprung, dann kannst du die Leiter nach ganz unten nehmen. Da rauf. Rechts. Da rauf. Da müsste dann die... Ne, da noch nicht. Ne, da war das noch nicht. Hier runter müsste es gewesen sein, oder? Ne. Ja, welcher fucking Vorsprung war es jetzt? Nein, der auch nicht. Aber auf den möchte ich trotzdem auch lieber. Leiter Jump. Das ist natürlich nur die Frage, was bringt es mir hier? Da habe ich es mir überhaupt nichts. Ach, du kommst in meinem Land. Oh. Gut, Minion, gut. Ein roter Brocken. Meine Güte, hier finden wir viele Brocken, wofür auch immer die gut sind. Versteckt Standardwaffe. Plus 14. Versteckt Verzauberte Waffe. Plus 4. Versteckt Feuer. Feuerwaffe. Und Chaoswaffe. Also der rote Brocken ist schon mal geil. Und warum? Wollen wir doch mal eine Chaoswaffe versterben können. Okay, was macht eine Chaoswaffe? Geil sein. Wie kriegt man eine Chaoswaffe? Das weiß ich nicht. Also Chaoswaffen sind gut, ja? Würde ich behaupten. Okay. Also ich habe doch selbst keine Ahnung, Junge. Du hast das Spiel mehr gespielt als ich. Aber auch nur bis zum Ziegen-Demon. Das ist so gefühlt eine halbe Stunde weiter als das, was du gespielt hast. Alleine. Wir erkunden das doch gerade gemeinsam zum ersten Mal. Und sterben dabei. Ja, richtig. So, ich habe keine Ahnung, wo dieser scheiß Vorsprung mit der Leiter ist. Ich auch nicht. Lauf einfach runter, wir. Ah, da kommst du so nicht hin. Nee. Du musst doch den Ast. Und dann den Ast nach rechts langlaufen. Richtig. Der müsste dich jetzt eigentlich zu dem Alten führen. Nö. Hier bin ich wieder bei der Stelle, wo ich... Oh. Schön knapp. Dumm gelaufen. In der Tat. Kommst du da links durch? Roll dich mal. Roll dich mal. Wenn du in der Ecke stehst, rollen. Nee, das wird eine unsichtbare Mauer sein. Okay, alles klar. You're done. Das war wohl nix. War wohl nix. Und damit sind, glaube ich, 2.500 Seelen oder so. Das ist schon halb elf. Können wir uns ein Ei draufbacken. Echt? Ja. Na gut, wir hatten noch neun Essen bestellt, ne? Ja. Ne halbe Stunde spielen wir schon wieder? Alter, schwere. Das war der Astro in Fähre geht, ne? Das ist auch nicht der Leiter in Vorsprung. Oh. Das ist auch nicht der Leiter in Vorsprung. Und so irrten sie umher. Planlos und schwer. Der Ast ist es. Konjunktiver Fall, du. Das heißt, wo gerade eben getroffen wird. Weißer Brocken. Versteckt Drachenwaffen. Um plus 14. Ein Rühr. Göttliche Waffen und okkulte Waffen. Was ist eine göttliche Waffe? Ich hab keine Ahnung, frag nicht rum. Find's raus. Ich muss ja sagen, eine göttliche Waffe klingt stärker als eine Chaoswaffe. Stimmt mir, ja. Wow. Wie können überhaupt Seelen drin sein? Gar nicht. Ach, warte, das war doch... Auf vielerlei Ebenen dämlich. Ich lebe! Ich lebe! Ja, da würde ich jetzt nicht runterspringen. Panik! Ja! Ey, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, gut, du hattest mehr Leben als ich. Noi. Alles klar. Der ist in sein Verderben gesprungen. Da war aber noch einer, glaube ich. Nee, der lebt noch, der lebt noch. Sonst hätten wir 800 Seelen. Achso, stimmt. Hast du dir das Item genommen oder hast du die Leiter genommen? Ich hab das Item genommen. Das ist das Item genommen. Was war's? Irgendwo auch? Jetzt ist er tot. Äh, gute Frage, was es war. Entweder eine Seele oder ein Brocken. Ah, gut, okay. Da unten sind noch wieder welche, ne? Ja, hast du mir fast gedacht. Vier Stück, glaube ich. Ich kenne das ja jetzt nicht. Feuer gerade, kurz. Ah, krass. Ich kenne das. Habe vorsichtig, da sind manchmal so kleine Lippen im Boden. Okay. Durch die man bösen Abgang machen kann. Ich kenne das. Eins, zwei. Ich glaube, einer war runtergefallen. Bisschen. Ja, da kommt er. Ich will weg, ich will weg. Aber ich hänge den Baum fest. Und hinter dir ist noch einer. Ich finde es gut, dass wir die Roben hier angezogen haben. Das ist ja bestimmt schon wieder fünfmal verflucht. Ja. So. Ist nur der eine Weg nach unten. Und jetzt bist du dann gleich auch schon wieder bei den Pilzen. Bei den Maschrums. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommen soll. Man kann sich da irgendwie runterfallen lassen, nehme ich an. Vergiftet werden wir ja nicht, ne? Ja. Wir haben sie sowieso noch nie benutzt. Wir werden sie wahrscheinlich auch sonst nie benutzen. Also warum nicht? Probieren kann man es mal, ja. Voll krass. Und zum fetten Vieh einfach mal voll eine draufgeben. Und dann sieht man, sie machen 40 Schaden. Das wäre... Warum haust du auch eine Leiche drauf? Aber ich dachte, das wäre ein Frosch. Warum ist es eine Leiche gewesen? Weil die Leiche runtergefallen war. Da hat ja echt ordentlich was aus. Das ist einfach Button-Mashing. Funktioniert. Das Trauerige ist, die bringen wir gerade... Das sind ihre... Sterbeleute. Oh, das. Oh. Oh. Da hat es eben gerade wieder gespielt. Nicht wahr? Die wird man ja wahrscheinlich auch nicht aufwärten, ne? War verabgelicht. Das weiß noch. Ähm... Werfen dann wahrscheinlich mit... Höchst. Und wir versuchen, das Viech dann anzuwisieren. Wollte ich gerade sagen, anvisieren. Oder kommt zwei von den Dicken, na? Sehr gut. 118. Geil. So viel machst du auch mit einem Schlagschaden, ne? Jawohl. Okay. Ja, wegrennen ist dann wieder eine sehr gute Idee. Ja, ich will, dass nur die Kleinen kommen. Erstmal. Dann habe ich die schon mal weg. Ich will sie einzeln haben. Kleiner. Jetzt bin ich ja vorbereitet. Ich will sie nicht mehr aufwärts gehen. You're kidding me. Da haben wir schwerere Geschütze auch hier. Da eine Dicke hatte ich wieder getriggert. Ja. Zu weit weg. Solltest du nicht das Visier wegnehmen? Nee. Nein, nicht dich. Dich. Doch, jetzt haben wir auch keine... Jetzt haben wir auch kein Viertel Leben abgezogen. Und... Du darfst dir auch nicht eine geben lassen. Nö. Ist nicht so gesund. Gut, die sind mega langsam, aber das bringt mir ja nichts. Nö. Ich muss halt trotzdem gegen die kämpfen. LOL. Nö. Nö. Das ist Nummer 1 von X. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Zwei sind es auf jeden Fall. Das ist jetzt mega lame, ne? Aber ich weiß, es funktioniert. Ich weiß nicht, es wird schief gehen. Oh. Hier, guck mal, Kollege. Willst du mir eine geben? Verliere jetzt mal runter. Hey. Hier, Kollege. Willst du mir eine geben? Hey, hier, Kollege. Willst du mir eine geben? Irgendwann trifft er dich. Ja. Irgendwann trifft er dich unter den anderen Mechanismen. Da kam eine schnelle Linke. Da kommt ein kleiner. Der ist tot. Wenn der da irgendwann mal durchkommt, bin ich auch weg vom Fenster. Wie viele Schläge ich dem verfassen muss. So, da kam die Rechte. What a bitch. Komm, kommen wir da Rechte auch nochmal? Oder auch nicht. Da kommt noch einer. Das habe ich gesehen, dass du diesmal einen beiden ausgeholt hast. Nein. Tausend. Okay, die werden wohl nicht respawnen. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von raus. Der kommt dran vorbei. Nee. Wow. Doch, ich bin ein 18. Wow. Schnell mal hier, wo ich dein Kollege hingestellt habe. Da kann ich die viel besser treffen. Und hohe mit der Rechten auch noch. Und gebe dir wieder eine. Zack. Und mit der Rechten auch noch. Oder auch nicht. Und jetzt mit der Rechten auch noch mal. Das ist aber voll grumpy Mushroom, ey. Das ist ein echt grumpy Mushroom, ey. Das ist so geil, dass der schwere Angriff kaum mehr Damage macht als der normale, wa? Ja. Das tut mir leid jetzt, ha? Das ist natürlich langweilig, aber... Wenn die dafür nicht respawnen, ist es okay. Woanders kriege ich den, glaube ich, nicht weg. Ach, meine Stimme. Nein. Hohohohoho. So nicht, Kollege. Man muss halt auch einfach mal Glück haben, ne? Spieledesigner hätten sich das ja mit dem ersten Mal besser aushängen können. Man hätte sich ja rein theoretisch auch das dickere Schwert nehmen können, wa? Theoretisch? Ich weiß nicht, wer jetzt das größere Problem von euch beiden hat. Das würde nicht reichen. Du hast noch Fruchtmesser. Stimmt. Was könnte? Ne. Den einen Hit kann ich ihm verpassen. Ich verpasste dir sowas von an. Schade. Das waren jetzt, was? 15 Feuerbomben und 100 Schläge für zwei Pilze. Ja, Mann. Dann ist gleich noch so ein Pilz. Komm. Da war ein Raster hier. Dass ich einfach nach unten springe und dann dem vorbeirenne. Der ist so lahmarschig. Ne. Dann kommt er mir hinterher und irgendwann, wenn ich gar nicht mehr damit rechne, dann gibt er mir voll eine. Das ist doch auch kacke. Nein, ich will den machen. Ich meine, klar, die sind eigentlich so langsam, man könnte die bestimmt auch im One-on-One besiegen, aber... Ich sag mal, warum. Aber was ich jetzt tatsächlich machen werde... Dann, Houston, we have a very big problem. Ich kann ihn nicht... ...targeten hier. Hallo. Ich kann ihn nicht anweseln. Buggy. Oh, du machst ja immerhin schon mal doppelt so viel Schaden. Brauchst du die Hälfte der Anze. Nein. Das ist kein... Ohohohoho. Keine gute Idee, schwerer Schlag zu machen. Schwerer Schlag? Nein. Schwerer Schlag geht in Ordnung, wenn du danach nicht noch was machst. Wieso? Nein, das war nur der schwere Angriff mit dem dicken Schwert. Das ist halt... Das geht nicht. Dafür bin ich... Dafür dauert das zu lange. Da komme ich nicht weg. Das war eine gute Idee, dir das fette Schwer zu nehmen. Aber das mal vergleicht an Schaden, ne? 100 zu 258. Weg, weg, weg. Alles klar. Erstmal Bug-Using betreiben. Na, noch einer? Ne, scheint nicht so. Krieg ich aber einen Raster. Hey, ein Gang. Wofür da hin? Wie er erstmal panisch zurückweicht. Vor allem nur die Pilzleichen hier überall. Okay, ich komme ein Stück gleich um die Ecke, so ein dicker Pilz. Nein, Nebel! Na ja, mit Sicherheit. Ich habe nicht eine Estus-Flakon mehr. Boah, ne, Gebiet. Gott sei Dank. Hört ihr mit Leuchtfeuer. Bitte, bitte, bitte. Ah! Alles klar! Da unten ist ein Leuchtfeuer. Warum sagt mir Aschesee was? Sag's gerade nicht. Wir hatten gerade irgendwas gegoogelt, ja. Ja, aber... Ja, wir hatten uns mal ein paar ordentliche Waffen angeguckt und... Richtig, genau. Wir hatten geguckt, ob wir uns da... Ein gewisses Breitschwert kann man hier bekommen. Richtig. Das ist ein mutterseelner Leid. Ich komme! Bäh! Ja! Bist du sicher, dass wir uns hier unseren Spawnpunkt setzen wollen? Ja. Echt? Besser als da oben. Weiß ich nicht. Glaubst du, hier wird es noch groß weitergehen? Irgendwas wird hier jetzt kommen. Irgendwann kann sich denken, was kommen wird. Und ich sag dir jetzt, dass wir das nicht machen wollen. Was? Ich will euch aber nicht spoilern, liebe Zuschauer. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, nehme ich an. Du würdest mich auch spoilern, ich weiß es nicht. Junge, du hast gelesen, wie man die Waffe bekommt, ne? Okay, dann spoilere ich. Hier am Aschesee ist ein Drache, dem man wieder den Schwanz abschießen kann. Echt? Hast du dich alles so genau gelesen? Und ich würde fast behaupten, dass das der werte Drache ist. Fast behaupten, dass das eine Hydra ist. Das kommt auf dich zu. Das kommt auf dich zu. Die letzte Ecke verstecken wir für den da wenig. Kann es sein, dass wir an der anderen Seite des Sees sind? Weiß ich nicht. Und dass das das gleiche Viech ist? Alles klar. Du bist trotzdem One-Hit-Down. Ja, aber so fühle ich mich besser dabei. Wie soll man die denn besiegen? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich denn da rankommen überhaupt? Kannst du zu dem Baum irgendwie überlaufen? Das wäre jetzt meine Idee. Ich hätte mir die Rüstung nicht umziehen sollen. Das ist ein Ränder, ne? Das ist ein Ränder. Ja. Ne, ich würde längst dran. Obwohl, durch den Baum stoppt. Ja. Boah, Grafikfehler. Yeah. So ein bisschen. Uh, noch Leute. Drachenstein, nice. Können Sie das vielleicht gleich zweimal aufbessern? Ich nehme mal an, beim zweiten Upgrade brauchen wir zwei davon. Der hat leicht weggeknickt. Das ist jetzt gerade. Ja. Da ist was. Das ist ein Vogel. Dach und Viech. Ich weiß nicht, ob du das angreifen möchtest. Ich weiß nicht mal, ob ich hier überhaupt sein möchte. Ich kann es nicht anvisieren. Doch, jetzt kann ich es anvisieren. Oh, das ist doch kein Vogel. Oh, oh, oh. Oh, die Hydra macht dem auch Schaden. Aber die Hydra fliegt. Es ist wohl doch ein Drache. Es ist böse. Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, das ist ein böser Drache. Oh, ich meinte, bitte mach ich dem viel Schaden. Ich hab' dir doch gesagt, wir wollen das nicht machen. Boah, jetzt hast du... Holy Moly. Da kommt so rein in den Baum. Sieh zu, dass du zum Baum kommst. Ich will das alte mal abschnecken, bevor wir sterben. Wo war das? Ich glaub, du bist schon dran vorbeigelaufen. Egal, lauf zum Baum. Bist du sicher, dass ich da reinkomme? Nein, jetzt gar nicht. Das ist hier nicht offen, oder? Doch. Nein. 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 Doch. Doch. Nein. Doch. Doch. Oh. Verfräschis. Und, dicker. Dicker Pilz. Und wir werden verflucht sein. Nein, geh weg doch. Ich komm da nicht weg. Ich komm da nicht raus. Sammeln. Okay, ich will nicht verflucht werden. Lieber sterben. Richtig, richtig. Baum war eine ganz böse Idee. Vor allem, du hast jetzt noch immer unseren fucking Spawn gesetzt. Wenn wir jetzt zurück wollen, müssen wir durch die ganzen Schatzpilze wieder durch. Die haben bestimmt tot. Glaube ich nicht. Nein, nicht leer. Alles klar. Das war 5.710. Ich möchte, dass du dich doch nochmal umziehst, vielleicht gegen die Fluchdinger. Boah, Junge. Vor allem, wie kommen wir von da wieder nach oben? Wie, von wo? Ja, da kommen wir über die Leitern wieder. Meinst du? Ja. Also, wir sind so weit ab vom Stamm hier, ey. Asche seh, ich würde gerne wissen, wo wir eigentlich hier sein sollten. Wir haben schon die zweite Glocke geläutet. Wow. Wir können sogar theoretisch ins Asyl zurück. Ins, weißt du, am Anfang. Smack das Item. Bring it on, bitch. Ich mach dich Platz, Junge. Okay. Ja, vielleicht doch nicht. 5.700 Seelen, ne? Also, wenn wir mit dem File hier wegkommen. Aber ich noch so ganz gleiche, äh, leichte zu. Hallo. Hatten wir auch noch ein Item? Ja, geil. Ole, ole. Weißt du, was ich glaube? Na. Wir haben irgendwie noch nicht die richtige Waffe. Also, das Drachenschwert war geil, aber so langsam machen wir echt nicht so viel Schaden, ne? Was soll ich dauerlich ankommen? Das hoff ich doch ab. Schauen wir mal, ob sollst du das... Oh, hallo. Da kommst du dran. Oh, noch ein Drachenstein, nice. Dann ist das vielleicht auch ein Drachenstein. Das ist zumindest nicht mehr so ganz abwegig. Sagst du da hingehen? Nein, ich möchte eigentlich gerne unsere Seelen wiederholen. Okay. Nicht tun, nicht tun! Da kann ich gut zielen. Zum Glück. Manchmal kann ich die packen. Ich weiß ja nie, wie man an das Viech rankommen soll. Auch nicht, aber so wie es schießt. Da ist Ugly Frog! Hilfe! 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 So könnte man rankommen. Nein, noch nicht so wirklich. Alter! Alter! Baba! Ah, hallo! Lauf den Sandweg weit! Lauf den Sandweg weit! Willst du noch hier sein? Er ist noch dran. Er schießt! Ich werde verfolgt. Mother me! Oh, my dead end hier. Es geht immer weiter. Und hier wird die Hüter gleich nicht hinterherkommen. Gott sei Dank! Ja! Rush weg! Rush weg! Fickt euch alle! Ähm... Was? Guck mal nach vorne.